Die Petermann Evakuierungsmatte, 20 Jahre Garantie, Ventilationsöffnungen, da die Matte permanent unter der Matratze gelagert wird, Zugurte vorn und hinten sowie seitliche Trageburte, die ebenfalls zur Fensterwerbung geeignet sind. Gummiunterstützungen zur Fixierung der Matte an der Matratze, um es gegen Verrutschen zu sichern, Zugurte, um die Matratze in U-Form zu bringen und einen schnelleren Abtransport zu gewährleisten. Unten finden Sie eine Fahne, an der erkenntlich ist, dass eine Evakuierungsmatte sich im Bett befindet. Zur Evakuierung löse ich zunächst den hinteren Wurt, den vorderen Wurt. Verbinde nun die beiden Wurte miteinander und forme die Matratze zu einem Kugel. Löse den hinteren Wurt, den vorderen Wurt und greife ich den hinteren Wurt. Ziehe den Patienten seitlich aus dem Bett, ziehe zu mir, gebe ein bisschen nach und ein bisschen. Wurt.